Nachdem Tudor im Jahr 2023 die neue Metas Black Bay mit roter Lunette vorgestellt hat, kommt jetzt eine neue schwarze Variante hinzu. Warum diese Variante ein eigenes Review verdient, sowie alle Infos zu Maßen, Technik, Preisen, sowie allen Pro und Kontras erfährst du in diesem Review. Ist die neue Black Bay Monochrome zum ersten Mal eine echte Submarine-Alternative oder ist sie immer noch eigenständig genug? Bevor wir allerdings mit dem Review starten, zwei Dinge. Erstens, warum eigentlich ein Review zu dieser Uhr, wenn ich bereits letztes Jahr eines zu der technisch identischen roten Version der neuen Metas Black Bay gemacht habe? Die Antwort ist ganz einfach. Die neue schwarze Black Bay versprüht optisch nicht nur einen völlig anderen Vibe als die rote und als den schwarzen Vorgänger, sondern stellt auch eine Premiere bei der Standard Black Bay dar. Was ich genau damit meine, erzähle ich dir später. Zweitens, vielen Dank an die Tudor Boutique in Frankfurt, die mir die Uhr zur Verfügung gestellt hat. Solltest du mal vor Ort sein, frag gerne nach Jord Tafras und sag ihm liebe Grüße von mir. Das kompetente Team freut sich auf deinen Besuch. Jetzt starten wir aber mit dem Review und mit den Maßen und die sind völlig identisch zur bereits bestehenden Metas Black Bay mit roter Lunette. Das bedeutet einen Durchmesser von 41 Millimeter, einen Lack-to-Lack von 49 Millimeter, eine Dicke von 13,9 Millimeter und einen Bandanstoß von 21 Millimeter. Die Dicke war immer schon ein Kritikpunkt bei der Standard Black Bay. Bei der neuen Variante wurde sie deshalb etwas reduziert. Schaut man sich die Uhr nur rein von der Flanke aus an, wirkt sie immer noch etwas zu dick und so ein riesen Game Changer zum Vorgänger ist das jetzt auch nicht wirklich. Aber legt man die Uhr an, trägt sie sich wirklich gut und macht auf meinem 17 Zentimeter Handgelenk eine wirklich gute Figur. Sie wirkt am Handgelenk harmonischer als die alte Version und das zeigt, dass man sich nicht auf einzelne Zahlen verlassen darf, sondern die gesamte Uhr an sich betrachten muss. Am besten sieht die Uhr aus, wenn du einen Handgelenksumfang von 17 bis 19 Millimeter hast. Hast du ein schmaleres Handgelenk, musst du den eigenen Geschmack entscheiden lassen. Die Uhr könnte aber dann etwas zu groß wirken. Als nächstes widmen wir uns der Technik. Die Churro Black Bay Monochrome kommt mit einem Meta-zertifizierten Manufakturwerk daher, welches extrem genaue Gangwerte von 0 bis maximal plus 5 Sekunden am Tag verspricht und bis zu 15.000 Gauss antimagnetisch ist. Die Wasserdichte beträgt 200 Meter und mit 70 Stunden Gangreserve ist die Black Bay auch in dieser Hinsicht auf den neuesten Stand. Dass noch ein Saphirglas verbaut ist, sollte heutzutage klar sein. Die Uhr wird in drei verschiedenen Bändern ausgeliefert. Einmal das klassische dreigliedrige Band, einmal das fünfgliedrige Band und einmal das Kautschukband. Egal für welches der drei du dich entscheidest, mit dabei ist immer die neue Tiefhitschließe, die es dir ermöglicht, das Band schnell und ohne Werkzeug enger oder lockerer zu stellen. Ein Datum ist auch bei der dritten Generation der Black Bay nicht dabei. Hier haben wir es mit einer puristischen Taucheruhr zu tun. Zur beeindruckenden Technik mit dem Metaswerk gesellt sich eine tolle Qualität, die sofort spürbar ist, wenn du die Uhr in die Hand nimmst. Das Gehäuse ist mit den geschwungenen Linien und den eingearbeiteten Phasen genauso toll verarbeitet wie Zifferblatt, Indizes und Zeiger. Alle Bänder, also egal ob dreigliedrig, fünfgliedrig oder Kautschuk, fühlen sich extrem hochwertig an und auch die Schließe hat eine tolle Haptik. Noch besser ist allerdings die Lunetten-Action, die auch hier wieder eine Menge Spaß macht. Jeder Klick ist spürbar und der Sound, der erzeugt wird, sorgt für Gänsehaut. Genau so muss es sich anfühlen, wenn man eine Taucherlunette betätigt. Ganz klar, eine 10 von 10 auf der Lunetten-Action-Skala. Als Autor und Journalist in der Uhrenbranche habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dir zu jeder Uhr, die ich in die Finger bekomme, ein ausführliches Video zu zeigen. Abonniere also unbedingt meinen Kanal, wenn du keine ehrlichen und ausführlichen Videos mehr verpassen möchtest. So, und nun geht es weiter mit dem Design und das ist genau der Grund, warum die schwarze Black Bay ein eigenes Video verdient. Denn hier hat Tudor etwas getan, was bei der Standard-Black Bay einer Premiere gleichkommt. Es gibt keine Gildelemente mehr. Ja, bei der alten Version mit blauer Lunette war auch alles eher kühl gehalten, aber die Uhr hatte trotzdem ein relativ mattes Zifferblatt und auch der Blauton der Lunette war sehr vintage gehalten. Aber bei der neuen Black Bay Monochrome ist davon nichts mehr zu sehen. Das Sunburst-Zifferblatt hat einen seidenmatten Glanz und auch die Lunette ist in einen kühlen Schwarz gehalten. Es gibt Vintage-Details, aber diese beschränken sich eher darauf, wie Dinge wie der Lunettenring und die Krone designt sind. Auch der Snowflake-Zeiger ist wieder mit von der Partie. Wer gehofft hat, dass Tudor endlich auf die falschen Nieten am Armband verzichtet, wird enttäuscht sein. Zumindest beim dreigliedrigen Armband wird wieder darauf zurückgegriffen. Die passen hier irgendwie so gar nicht mehr dazu, aber ja, letztendlich ist die Black Bay Monochrome nichts anderes als eine weitere Farbvariante eines bereits bestehenden Modells. Und da sollte man als Hersteller darauf achten, dass diese Design-Elemente bei jeder Variante vorhanden sind. Wer keine Lust auf die Nieten hat, greift einfach auf die Version mit fünfgliedrigem Armband zurück. Aber selbst mit diesem Element wirkt die neue Black Bay Monochrome richtig frisch und modern und sieht aus wie eine zeitgemäße schwarze Taucheruhr. Ja, mit der blauen Black Bay 58 hat Tudor bereits den Versuch gewagt, in eine modernere Richtung zu gehen. Doch mit der Monochrome wird das Ganze jetzt auch bei der Standard-Black Bay vollzogen. Und das bewirkt zwei Dinge. Zum einen haben wir hier zum ersten Mal eine etwas modern wirkende Standard-Black Bay. Zum zweiten haben wir eine Black Bay, die deutlich näher an die Submariner herankommt, als alle anderen Black Bays zuvor. Und ja, so eigenständig die Tudor immer noch ist, und ja, eine gute Uhr wie die Black Bay braucht keinen Vergleich mit einer Submariner und macht diese Umstand sie doch zur besten Submariner-Alternative, die es je gegeben hat. Und auch wenn das den einen oder anderen jetzt nicht gefällt, es ist einfach ein Fakt. Und das wissen sowohl Rolex als auch Tudor. Und es ist haargenau der Grund, warum diese Uhr jetzt so aussieht, wie sie aussieht. Die gute Nachricht ist aber, die Tudor Black Bay ist beides. Eigenständige Taucheruhr und Submariner-Alternative mit verwandter DNA. Wenn dir das Video bis jetzt gefällt, zeigt mir das gerne mit einem Like. So weiß ich, dass ich genauso weitermachen kann. Dankeschön. Bevor wir jetzt zu den Preisen und dem Fazit kommen, möchte ich ganz kurz über ein paar subjektive Dinge sprechen, die mir an der Uhr besonders gut gefallen und zu Dingen, die mir weniger gefallen. Was mir bei der Uhr am besten gefällt, ist der monochrome Look, der zum ersten Mal ohne Gild-Elemente klarkommt. Ich finde, das steht der Uhr extrem gut. Falls du meinen Review zur roten Black Bay gesehen hast, weißt du, dass mich die neue Rändelung der Lunette, der Krone und der fehlende rote Tubus extrem gestört haben. Das ist auch der Grund, warum ich mir auch heute die rote Black Bay nicht kaufen würde. Ich finde sie insgesamt durch die veränderten Details einfach nicht mehr so schön wie die alte. Doch bei der Black Bay Monochrome stören mich diese kleinen Details überhaupt nicht mehr, weil die Uhr generell moderner wirkt und sich von der Farbe her auch nicht an einem direkten Vorgänger orientiert. Einzig eine Keramik-Lunette wie bei der Pelagos hätte hier absolut Sinn gemacht. Ich gehöre zu den Leuten, die die Alu-Lunette der Black Bay richtig finden, denn spätestens, wenn es um warme Farben geht, bietet diese Designentscheidung ein großes Plus gegenüber Keramik. Und sie ist ja auch extrem robust und nicht wirklich ein Nachteil. Doch im Zuge des moderneren Looks hätte der Uhr eine Keramik-Lunette sehr gut gestanden. Das wäre aber genauso wie mit den Nieten am Armband nicht passend zu den anderen Modellen gewesen. Und deshalb ist das so wie es ist absolut in Ordnung. Preis und Fazit. Die Tudor Black Bay Monochrome hat einen Listenpreis von 4.220 Euro für die Variante am Kautschukband, 4.430 Euro für die Variante am dreigliedrigen Band und 4.540 Euro für die Variante am fünfgliedrigen Armband. Ich will hier nicht den Eindruck machen, als wäre das wenig Geld, aber verglichen mit anderen Uhren im Luxusuhrensegment ist das ein extrem fairer Preis. Hier bekommst du eine toll designte Uhr, die sich dank der modernen Technik und der gebotenen Qualität nicht einmal vor teureren Uhren wie die Omega Seamaster Diver 300M oder der Rolex Submariner verstecken muss. In meinen Augen ist das die beste Submariner-Alternative, die der Uhrenmarkt aktuell zu bieten hat. Das Schöne ist aber, sie kann auch komplett für sich alleine stehen und ist auch dann eine geniale Taucheruhr, wenn du keine Submariner-Alternative suchst. Denn sie ist auch die beste Standard-Black Bay aller Zeiten und die Taucheruhr des Jahres. Wenn du jetzt wissen willst, ob die Black Bay auch die beste Tudor ist, schau dir dieses spannende Video an. Hier vergleiche ich die Black Bay mit der am meisten unterschätzten Tudor, die es gibt.